Liebe Studierende, willkommen zur siebten Videoübung des Semesters mit dem Thema malaysische Feuerpumpe. Eigentlich in dieser Übung können wir uns mit adiabatischen Prozessen auseinandersetzen. Für die Frage A betrachtet man erstens ein Volumen V0 und in diesem Volumen ist ein Gas enthalten. Und wir gehen davon aus, dass das Gas ideal ist. Und in dieser Anfangssituation bei Volumen V0, mein Gas besitzt auch die Temperatur T0. In der Fragestellung ist 20 Grad Celsius. Mein Gas erlebt eine sogenannte Kompression, und zwar eine schlagartige Kompression, um das Volumen des Gases um ein Zehntel zu reduzieren. Das heißt, das Volumen im Endzustand, nennen wir das V1, ist gleich V0 geteilt durch C. Und wie in der Fragestellung präzisiert ist, diese schlagartige Kompression des Gases, des idealen Gases bei diesem Anfangzustand in diesem Endzustand, was das Volumen betrifft, erfolgt eben schlagartig, das heißt adiabatisch. Was bedeutet adiabatisch? Adiabatisch bedeutet, dass keine Wärmemenge Delta Q mit der Umgebung ausgetauscht wird. Das ist die allgemeine Definition für radiabatische Prozesse. Keine Variation der Wärmemenge ist im Spiel. Gefragt ist, wie groß ist die Temperatur T1 im Endzustand? Oder anders als gestellte, wie groß ist die Temperaturänderung zwischen Anfang und Endzustand? Ich möchte hier bei dieser Fragestellung betonen, dass, was üblich auch zu Fehlern führen kann, wenn ein Prozess adiabatisch ist, das heißt, Delta Q gleich 0 ist, bedeutet nicht, dass keine Temperaturänderung stattfinden kann. Tatsächlich, bei einer solchen adiabatischen Kompression kann man eine Temperaturdifferenz erleben und das ist tatsächlich, was wir jetzt berechnen müssen. So gefragt ist schlussendlich Delta T definiert als T1 minus T0. Wenn wir mit adiabatischen Prozessen arbeiten, wissen wir auch, dass die drei berühmten Poisson-Gleichungen gültig sind. Die strategische Entscheidung für die Lösung des Problems ist eigentlich, eine von diesen drei äquivalente Poisson-Gleichungen richtig auszuwählen und ich wähle die Poisson-Gleichung, die tatsächlich die primäre Zustandsvariable verwickelt, die für das Problem von Bedeutung sind, in diesem Fall Volumen und Temperatur. Tatsächlich, es gibt diese Gleichung, Produkt zwischen Temperatur und Volumen hoch Gamma minus 1 muss bei einem adiabatischen Prozess konstant bleiben. Gamma ist das sogenannte Adiabatenexponent allgemein definiert als Verhältnis zwischen spezifischer Wärme bei konstantem Druck geteilt durch spezifische Wärme bei konstantem Volumen. Jetzt, wir wissen auch aus der Vorlesung, dass Cp minus Cv gleich der allgemeinen Gaskonstant R ist. Das heißt, wir können auch so schreiben als Cv plus R geteilt durch Cv. Und in der Vorlesung haben wir auch das adiabatenexponent dargestellt als Funktion der totalen Freiheitsgrade F eines Gases. Und wir haben gesehen, dass das adiabatenexponent ist auch gleich F plus 2 geteilt durch F. Das wird dann später von Bedeutung sein. Und jetzt können wir tatsächlich die erste Frage beantworten. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir wissen, dass bei einem adiabatischen Prozess zwischen Anfang und Endzustand diese Gleichung muss immer gültig sein. Das heißt, T0 mal V0 hoch Gamma minus 1 muss konstant bleiben. Das heißt, das Produkt hier zwischen T0 und V0 hoch Gamma minus 1 im Anfangzustand muss konstant bleiben, auch im Endzustand. Das heißt, T1 mal V1 hoch Gamma minus 1. Das ist auch so geschrieben. T1 mal V0 geteilt durch 10 hoch Gamma minus 1. Weil tatsächlich wir wissen, dass im Endzustand V1 ist 10 mal kleiner als im Anfangzustand. Und dann, wir sehen sofort, dass daraus folgt, ist eine relative einfache Gleichung für T1. Das heißt, T1 ist dann gleich T0 mal 10 hoch 2 durch F. Weil Gamma minus 1 ist 2 durch F. Und deswegen, was noch übrig bleibt, ist das relative Verhältnis zwischen beiden Volumen. Dank dieser Poisson-Gleichung können wir als Funktion der Freiheitsgrade und als Funktion der Anfangstemperatur die Endtemperatur tatsächlich berechnen und damit auch, was ursprünglich gefragt wurde, nämlich die Temperatur erhöhen. Hier noch zur Erinnerung, dass für einatomige Gase die totale Freiheitsgrade F ist gleich 3. Für zweiatomige Gase die totale Freiheitsgrade F ist gleich 5. Das heißt, bei einatomigen Gase, die Freiheitsgrade sind nur die Translationsfreiheitsgrade für zweiatomige Gase. Dazu kommen noch die zwei Rotationsfreiheitsgrade. Das ist aber auch etwas, was von der Vorlesung oder in Büchern für Tafeln und Formeln wohl bekannt ist. Man kann davon ausgehen, dass die Freiheitsgrade ist tatsächlich eine bekannte des Problems. Wir können jetzt für die zwei Situationen T1 berechnen und für die zwei Situationen auch die entsprechende Variation der Temperatur. Und jetzt können wir zur Frage B kommen, weil für die Frage B fragt man sich, wie groß ist die geleistete Arbeit, die man investieren muss, um diese adiabatische Kompression zu ermöglichen. Also man verlangt die Kompressionsarbeit. Und hier kommt zur Hilfe die Gleichung aus dem berühmten ersten Absatz der Thermodynamik. Nämlich die Variation der Innere Energie eines Gases allgemein ist gleich der Summe der effektive geleisteten Arbeit, dW, plus die Menge von Wärme Delta Q, die tatsächlich ausgetauscht wird. Aber wir haben gesehen, dass in dieser Fragestellung sind wir konfrontiert mit einem adiabatischen Prozess. Das heißt, Delta Q ist tatsächlich gleich 0. Daraus folgt, Delta W ist eigentlich gleich der Variation der innere Energie des Gases. Und wir haben auch in der Vorlesung gesehen, wie die Variation der innere Energie aussieht bei einer Temperaturvariation, Delta T. Das ist gleich dem Produkt zwischen Anzahl Molen N mal totale Freiheitsgrade geteilt durch 2 mal die allgemeine Gaskonstante mal die Variation der Temperatur, Delta T. Jetzt für die Fragestellung fragt man die Kompressionsarbeit pro Mohl. Das ist gleich zu sagen, dass wir setzen N gleich 1. Und dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Weil die Freiheitsgrade für die zwei Sorte von Gase, einatomiges und zweitomiges Gas, ist bekannt, entweder 3 oder 5. Die allgemeine Gaskonstante ist auch bekannt. Und Delta T haben wir bei der Frage A bestimmt. Und dann können wir tatsächlich direkt die Arbeit berechnen. Und die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen mit Hilfe der Musterlösung. So, mit dieser Übung haben wir uns mit adiabatischen Prozessen auseinandergesetzt. Hier spezifisch mit einer adiabatischen Kompression. Adiabatische Prozesse sind Prozesse, bei welchen nochmals keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht wird oder im Spiel ist. Die ist tatsächlich gleich 0. Und wenn man mit adiabatischen Prozesse zu tun hat, dann eine der drei äquivalente Poisson'sche Gleichung soll gültig sein und kommt ins Spiel. Und hier die ganz wichtige strategische Entscheidung für die Lösung des Problems ist, die richtige Poisson'sche Gleichung zu erwischen. Wir wählen tatsächlich die Poisson'sche Gleichung, die die Primärzustandsvariable verwickelt, die tatsächlich für das Problem von Bedeutung sind. Nämlich die Poisson'sche Gleichung, wo Temperatur und Volumen vorhanden sind. Und dann sollen wir einfach nur die Gleichung schreiben zwischen Anfang- und Endzustand. Das adiabatenexponent ist eine bekannte Größe, weil wir haben mit einatomigen und zweiatomigen Gase zu tun. So ein adiabatenexponent ist allgemein dargestellt als Freiheitsgrade plus 2 geteilt durch Freiheitsgrade. Und dann können wir sofort die neue Temperatur T1 im Endzustand berechnen und daraus selbstverständlich die Temperaturvariation. Und das ist die wichtige Größe, die ich wissen muss, um auch schlussendlich die notwendige Kompressionsarbeit pro Mol zu berechnen. Aus dem ersten Absatz der Thermodynamik im Fall eines adiabatischen Prozesses kann ich dann so vorschreiben, dass diese Kompressionsarbeit gleicht der Variation der inneren Energie. Und das haben wir in der Vorlesung berechnet für eine gegebene Variation der Temperatur, Delta T. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung während der Vorlesung. Und ich freue mich auf die nächste Übung. Auf Wiedersehen.